Hey, Baby, ich weiß, es ist bisher nicht alles so gelaufen, wie es sollte, aber ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Ich hab das ganze Wochenende über meinen Cousin ausgequetscht, der zufällig der schlimmste Schweber der Welt ist. Ein Streber der Schwarzes. Ah. Jedenfalls hat er mir alles über Videostreaming erklärt. Und jetzt können dank mir deine Schwestern in Chicago die Geburt unseres Kindes live über eine Webcam mitverfolgen. Tad, das ist so süß von dir. Du weißt ja, ich tue immer, was ich kann. Jetzt müssen wir nur noch auf den Kameramann warten. Kameramann? Na nein! Kein Mann filmt meine Muschi, es sei denn, er ist komplett asexuell. Hallo! Oh, hey, Tad! Okay, ich ruf deine Schwestern an und sag ihnen, dass das Würmchen bald rausflutschen wird.